Sie ist die eiserne Lady Frankfurts. Doch sie ist in Gefahr. Die beliebte Dampflok 52 4867 muss zum Lok-DÜV. Der heißt hier aber Hauptuntersuchung. Alle 8 Jahre ist es soweit, doch diesmal wird es teuer. Sogar das Endgültige ausdroht, weiß der 2. Vorsitzende des historischen Eisenbahnvereins. Wir rechnen mit Kosten in 6-stelliger Höhe. Das heißt also 6-stellig ab 100.000 aufwärts. Wir müssen anfangen, die Lok zum Teil zerlegen, gucken nach Scharteilen und dann taxieren, was wir an Ersatzteilkosten wirklich aufwenden müssen. Der historische Eisenbahn Frankfurt-Verein ist noch nicht pleite. Doch Corona hat ganz schön zugeschlagen. Das Jahr 2020, als die Pandemie begann, war für uns besonders dramatisch. Da konnten wir nur ein einziges Mal fahren. Von normalerweise 10, 15 Fahrten, die wir machen. Und das waren halt Umsatzeinbrüche von über 90%. Im Jahr 2021 war es ein bisschen besser. Aber da war Corona ja immer noch ein Thema. Und nun die hohen Kosten durch die Hauptuntersuchung. Betriebsleiter Wolfgang Rotzler ist für die Technik zuständig. Der 56-Jährige ist von Beruf Lokführer. Er kennt sich also gut aus. Er zeigt uns ein Beispiel. Hier wurden Rohre, die letztendlich das Zeitliche gesegnet haben, die einfach undicht geworden sind. Die mussten halt ersetzt werden. Das, was früher in jeder Werkstatt jeder Schweißer machen konnte, darf eben heute nicht mehr sein, weil das sicherheitsrelevante Bauteile sind. Und die dürfen praktisch nur von zertifizierten Werkstätten hergestellt werden. Und so wird es auch schnell mal richtig teuer. Wir lagen da bei fast annähernd 10.000 Euro für diese 2 Euro. Gebaut wurde die alte Lady 1943 in Berlin. Danach war sie lange Jahre in Österreich im Einsatz, bevor sie dann 1985 nach Frankfurt kamen. Einst fuhren um die 6.600 Loks vom Typ 52 quer durch Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann noch gut 2.000. Heute stehen die wenigen Überlebenden meist in Museen oder sind Ersatzteillager. Im Betrieb sind in Deutschland lediglich noch eine Hand voll. Im Rhein-Main-Gebiet ist die Frankfurter die letzte ihrer Art. Also eine Lokomotive ohne gültige Hauptdonnersuchung darf nicht mehr eingesetzt werden. Das heißt, sie würde dann als Anschauungsobjekt, als Museumsexponat wahrscheinlich in irgendeinem Museum enden. Katastrophe. Also wenn das so kommt, wäre es eine Katastrophe. Weil das ist unser bestes Pferd im Stall. Und sehr viele Aktive hier im Verein sind auch im Verein wegen dieser Dampflokomotive. Es wäre eventuell auch das Ende des Vereins, sagt Florian Faust. Erst vor wenigen Tagen fand die Neujahrsfahrt statt. Egal, wo die Lok einfährt. Überall, wie hier in Stockheim, sind die Menschen begeistert. Wir sind extra hier angereist, weil Dampflok fahren tun wir schon mal das Leben lang gern. Aber da fahren wir hier auch mal mit. Im Führerstand sitzt Sigrid Czernik. Die 51-jährige Lokführerin fährt normalerweise ICEs. Doch so eine alte Dampflok ist ja mal was ganz anderes. Das Tolle an so einer Dampflokomotive ist einfach, dass man mit allen Sinnen genießen kann. Hier ist ja wenig überwacht, also im Gegensatz zu den neuen Fahrzeugen. Aber hier kann man wirklich noch sehen, fühlen, schmecken nicht. Aber hören, ne? Man fühlt hier die Achslagertemperatur mit der Hand, wenn man da irgendwo im Bahnhof mal hält. Und was gefällt ihr besser, die Lok oder der ICE? Ich liebe die Abwechslung. Ich möchte den ICE nicht ohne Dampflok und ich möchte die Dampflok nicht ohne ICE. Sollte die alte Dampflok stillgelegt werden, auch für Sigrid Czernik wäre dies eine schlimme Sache. Da würde im Stadtbild von Frankfurt viel fehlen. Weil gerade so über Weihnachten jetzt die Adventsfahrten hier in Frankfurt am Steg, die waren, ja, die Leute kommen einfach, die fahren mit und die haben Spaß. Die gönnen sich diese Stunde oder zwei Stunden und das ist dann einfach gemütlich und wie früher. Und die sind begeistert. Der Verein hofft nun auf Spenden, damit eines der Wahrzeichen Frankfurts nicht untergeht. Und Lokführerin Sigrid hat für ihre Dampflok nur einen großen Wunsch. Dass wir das Geld für die Hauptuntersuchung zusammenkriegen und dass dann die Dampflok wieder fährt. Und. Die Dampflok. Und. Untertitelung des ZDF, 2020